Eine Minute an, oder nicht mal. Wäre schön, wirklich, wenn wir ein bisschen länger die Let's Flash anwenden, weil es ist immer spannend. Es ist nicht nur der Anfang, der spannend ist. Nein, es ist wirklich ein bisschen, ja, deprimierend fast. Also, ich rede ja nur vom Durchschnitt, also kann sein, dass ihr natürlich das Video ganz anschaut und sogar liked oder solche Sachen, aber ich möchte schon ein bisschen einen Beweis sehen, dass ihr es macht. Also, könnt ihr natürlich schreiben. Ich habe geliked oder ich habe das Video zehnmal in Minuten angeschaut. Und, könnt ihr ruhig schreiben, ich werde das nicht wegen Spam oder so oder wegen Angeberei deklassieren oder so löschen. Ich lösche es generell sowieso gar keine Posts. Und, ja, wenn, dann auch nur, weil es extrem böse ist und so. Also, kein Problem. Ja, ich pote mich einfach mal 20 Zentimeter, äh, 20 Meter nach vorne. Okay, es sind mal nur zwei, aber es tönt besser. Wer wird eine Kiste hier herstellen? Ich sage hier, hier eine Kiste? Geht's noch? Also, es ist Platz wegnehmen. Ihr müsst ja nichts laugen, ihr habt unendlich im Inventar. Sag nichts. Schödele. Ja, toll. Und jetzt? Wo waren wir denn noch nicht? Südstrand. Aha. Das war also immer noch nicht der Südstrand. Menuh. Das nervt ein bisschen. Kolonie. Die heisst Kolonie. Okay. Südstrand. Ähm. Noch kurz zum Magierhändler. Wo ist der Magierhändler? Vor allem der Robbenhändler. Das ist nicht der Robbenhändler. Der handelt nicht mit Robben. Mit echten Robben. Schade. Der da. Nö. Der da. Komm bitte. Jäh. Turban. Leider nur Scheißzix. Also gehen wir zum Südstrand. Wo kann ich diese Quest spenden? Ramis sammeln für Samal. Bin der Brb-Taddy. Be right back. So kann es sein. Hm. Ein Fragezeichen hat sich aufgetan. What the fuck? Buuu. Gweet ist schon los. Nein, es gweet noch nicht los. Tralalala. Aufwachen, Leute. Am Bind stehen bestimmt 15 plus Süden. Keine... Kein Bock auf Fortschlacht. Was ist los? Bin grad on und stehe am Bind. Wieso spielt ihr überhaupt das Spiel, wenn ihr nur rumkammelt? Kind of gut. So ist jetzt der Südstand hier, das ist an Elysis, Elysis. Da fühlt sich schon einer angesprochen, also ich level. Hab ich dich gemeint? Ich hab die Gumbler gemeint. So. Nein, kein Gestern, schade. So, hier ist der Südstand, ja. Okay. Da können wir wieder zurück. Wenn wir hier unten durch, dann können wir hinter der Mühle wieder hoch. Vier sind dort, cool. So ein Boss kann man nicht mal zu zwanzigsten, zu fünfzigsten nicht mal beziehen. Also sind natürlich sehr gute Spieler dabei. Aber ich glaube kaum, dass die, die zocken, momentan gut sind. So, also gehen wir wieder zurück in die Stadt. Fischgel. 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 Das neue Fischgel. Neu im Handel. Ab heute im Handel hätte ich Fischgel von Drago Basler. Ja. Sehr lohnenswert. Sehr lohnenswert. Und wenn Sie heute bestellen, bekommen Sie Fischkurze gratis dazu. Love, forest, love. Hier lohnt sich nicht, das Spring... Rennen. So, Quest Bandit. Und mit Liarem. Wo ist Liarem? Wo ist Liarem? Äh. Wo ist Liarem? Okay, die machen wir noch kurz. Ich muss leider so wieder ein bisschen trainieren. Ich kann nachher wieder aufnehmen. Dann geht es natürlich gleich weiter. Aber momentan bin ich in Trennierlaune. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.